Ja, kennst du das Gefühl, wo du denkst, du sagst irgendwie zu? Zum Beispiel zu dick oder zu dünn oder zu gross oder zu klein oder zu dumm. Im nächsten 7 vor 7 schauen wir zusammen an, was Gott zu all diesen zu meint. Das ist ja einig, was Gott zu nahm. Wir machen hier so. Jetzt müssen wir hier mal wieder aufnehmen. Wir machen hier so. Wir machen hier so. Wir machen hier, wir machen hier so. Untertitelung des ZDF, 2020